Joa, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal der neue Shop, es gibt einen neuen Skin und eine neue Spitzhacke. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr rechts unten im Shop bei Unterstützer einen Creator meinen Creator Code eintragen würdet. Arian FN, dann annehmen. Auf jeden Fall habe ich gerade mal wieder ein bisschen Solo World Squad gespielt, weil sich das mega viele gewünscht haben. Also ich werde jetzt einfach ein paar Ausschnitte von den Gameplays reinschneiden. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Okay. Wie die alle rumkrabbeln. Der wollte mich nicht auskaufen. Also wie alle da unten kämpfen. Puh. Nein. Nein. Oh nee. Sind... Drei Leute. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, nicht die Waffe, Alter. Das war's. 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 Nein. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.